Weil die haben natürlich dann absolute Geschwindigkeit. Ich glaube, du kannst auch Scheiben raustreten, oder? Ja, gut, aber die kannst du ja machen. Aber was richtig Spaß macht, ist One Punch, man. Damit kannst du alles wegkauen. Wenn ich jetzt weiß, dass The World die Zeit anhalten kann, finde ich dies auch ziemlich lustig. Vor allem, ihr wisst nicht, wie das funktioniert. Richtig, ey. Viele Knöpfe gibt ja nicht. Das ist korrekt. Die meisten wissen nicht, wie das funktioniert. Das ist ne gute Map. Einfach frecher Killer, Baloui. Mit 10 Leuten könntest du mich in Chaos geben. Ja, Chaos ist im Pool, ist das richtig. Er macht den immer Chaos an. Baloui. Einer von den verarschendesten Träterfalle, ich würde nicht damit fahren. Jemand hat sich was reingezogen. Wir haben noch keine Rollen, Juli. Juli hat noch vergessen, sich zu muten. Juli kommentiert ihre Nachbarschaft erst mal. Ach, Harald schon wieder am Koksen heute. Schlimm. Hier ist so ein Geräusch. Ich habe ein Paket für Katze. Oh, das ist aber lieb. Ich mag Boxen. Oh, der Deterraub ist kein Deterraub mehr? Die Katze kann sein Paket einmal abholen. Was ist denn Leitboxen? Ja, weißt du, ich sehe es schon, komm, die Wohnung später besteht zu... Ein Paket für Maru. Ach, das sind ausgabt, Jungs. Was? Kommt drauf an. Einmal Paket abholen, bitte. Wenn wir die Schereregale haben, dann haben wir die Boxen und die Regale. Er ist ein bisschen kaputt gegangen. Da hat sich der Fahrer aus Versehen draufgesetzt. Maru, ich hoffe, das ist okay. Ich hatte gerade auf der Map einen Traitor. Pass, hier will man Traitor sein. Oh, ich habe meinen Computer auch geholfen. Aber man kann die Melode nicht aus dem Raum holen. Ich bin nur am aufräumen, Dalu. Cool zu cool, weißt du? Ey, hier ist Frost. Hier hat irgendwer Frost angemacht. Ja, das war ich. Ich habe Dalu eingefroren. Ist jetzt aber nur so mäßig nett. Auch. Cool zu cool, habe ich ja gesagt. Mell immer mit dieser Dimmel. Ja. Schau mal. Die ist schön, oder? Was hat sie vor damit? Das Problem ist, dass sie so versucht, nicht Sass mit einer Diegel auszusehen, dass sie dann Sass mit jeder anderen Waffe aussieht. Und du weißt, du willst jemanden töten, wenn sie dann auf einmal was anderes als eine Diegel in der Hand hat. Oh, Terste. Oh, das war frech. Geht alles nicht weg. Die sind auch nicht zum Durchlaufen. Habe ich Dalu jetzt gegillt, oder was? Ja, das ist ein Filter-Test. Er hat Terste gerufen und dann war er tot. Ja, aber wegen der Bananenbombe. Ja, wahrscheinlich hast du ihn geblockt, oder so. Nee, wer schießt denn jetzt hier auf mich? Was geht denn hier ab, Junge? Ich habe mir dann schon die Polade reingezogen. Und auf einmal knallt hier alles und Dalu fliegt weg. Ey, sowieso fehlt da ein Stück Boden? Ja, weiß ich auch nicht. Da sind auch Stacheln. Äh, äh, Joshi schießt auf mich. Ich habe gar nichts getan, hallo. Geh dich nicht mal. Dieses Lachen dabei, ne, Joshi. Ja, ja, ja. Ja, ich schießt. Hättest du nichts kommentiert, ne? Ich hätte ihm nicht geglaubt. Ich habe mich getroffen. Hallo. Wiedersehen, Maru. Im später Raum ist sie drin. Hier hinterher, ich mache sie zu. So, ich habe sie eingesperrt hier rechts. Nice, okay, cool. Das heißt, ich habe meine Ruhe. Und jetzt können wir auf die Models achten. Hallo. Hallo. Hier geht alles leer aus. Ich räume, räume. Origin ist halt einfach super. He dead. He real dead. Ich wollte dich da ausräuchern. Ja. Ne, da versuch, aber... Hallo, Glauli. Ne? Du hast so reingesagt, Feuer. Ist wirklich nicht drin. Hallo. Wie hat Judy geschafft? Da habe ich es gut belassen. I. Nee, keine I. Nein, ich wollte das eh haben. Ich wollte das eh haben. Habe ich dich possess, Maru? Keine Ahnung. Du musst beim Spectator einmal R drücken. Ah, okay. Aber ja, good job, Knechtig. Sohn wie R gehört zu mir. Äh. Mein Name, Anne. Ich kann den Raum woher nicht. Ja, da hatte ich das Gefühl, dass ich nicht über den, äh, über die Lücke springen sollte. Ich habe es auch nicht versucht. Ich wäre da bestimmt reingefallen. Ja. Wenn du possess bist. Boah. Okay. Als Traitor kannst du da rein springen, dann kommst du wieder raus. Okay. Was? Traitor kannst du? Als Traitor kannst du in das Loch reinfallen, dann kommst du in diesen orangenen Raum, wo du als Traitor dich in alle anderen Räume teleportieren kannst. Okay. Tarei, tarei, rume. Aber du siehst es ja halt, ne? Wenn einer da runter springt und die Leiche da unten nicht liegt, ist es halt sus. Tarei, tarei, rume. Du kannst das perfekt time mit Origin, dann kannst du dich selber framen. Boah, das wird Origin zu beobachten, das ist jetzt hier. Schau, dass du Origin hattest, habe ich dich hier ausgeräuchelt in dem Raum. Hallo. Hallo, Mel. Maggie hat einen Spirit, äh, einen Paperplane hinter sich. Lassen. Maggie, äh, das Ding verfolgt mich. Wo ist denn der? Der ist hier gerade entgegengekommen. Solange der Paperplane hinter sich ist, ist ja alles egal. Einer ist allein auf dem Dach, einer ist allein im Keller. Der andere ist in der Mitte. Ja, ich bin gerade oben auf dem Dach, weil ich von dem Paperplane geflüchtet bin. Hörsch! Wie? Das ist ein Diegelschuss. Äh, Shoshi. Jemand hat mich gebadet. Ich stehe hier nur im Schraub. Jemand hat mich gebadet. Im Nebel. Hat jemand die ganze Zeit von hier ge... Oh, oh. Nein, nein, nein. Ähm. Können ich den gehen, bitte? Wo? Ich wusste erst mal vor dem... Das kam aus dem Korridor hier vorne. Oh, ich komm nicht. Hä, wieso komm ich nicht hoch? Genau, du hängst gerade im Korridor, woher bist du schon? Ich würde sagen, war auch wieder Spanky. Nein, nein, da war nix. In dem Bereich war nix. Der ist wieder dort. Er ist Maggie, schieß doch auf mich. Schmellus Maximus. Mel schieß doch maximal. Ja, Mel ist fies. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Hey, 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 hey. Jolie, Vorsicht. Okay, du darfst leben. Oh, das Knecht hier, okay. Knecht hier und Jolie, okay. Es geht hier nach draußen. Hey, komm mal mit rein, Jolie. Ist Maggie böse? Ja. Nein, bin ich nicht. Ich weiß, was du vorhast. Ich weiß nicht, was du vorhast. Toxig. Der Boden ist weg. Smaggy. Du kannst auf Smaggy schießen. Er ist böse. Ja, ich bin doch dabei. Okay. Wir können dir gerade nicht helfen. Komm nicht hinterher, da ist ein Abgrund. Es ist zu ruhig. Zu ruhig. Ja, ich glaube, ich schieße auch noch gestorben. Müssen wir raus. Ja. 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 Oh nein, er hat mich mit dem Schlimm getroffen. Oh, Weihnachten, Knechti. Wo ist er? Wo ist er? Ist irgendwo hier den Gang runter. Wo bist du? Zeig dich. Zeig dich, Weihnachtsmann. Ich gebe ein Video rindern. Ja, mach ruhig zwei. Ich gebe meine Steuererklärung. Geh schnell arg neu programmieren. Dauert nicht lang. Ich... Warte, verfolgt den. Ich gebe mir denís. Also wir können hier drüben, dass wir uns fünf Uhr zusammenziehen müssen. Und das ist der App. Da ist der App. Das ist der App. gestorben und dann kommst du wieder zurück, was soll das? Der, 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 der den Deadringer an. Die Genji Ull hat ihn in den Deadringer gepackt. Toll. Was hattet ihr denn da gemacht, Terje und Judy? Ich stand so eine halbe Stunde vor der Tür. Boah, hallo Knechte, wie geht's dir? Eine Bär-Trap haben wir gelegt. Ach so. Dass die mal reinkommen, ja. Da kam niemand. Finde ich aber stark, dass die das gepatcht haben, dass man als Schneemann trotzdem noch als Vendetta spawnt. Früher bist du dann ja nicht mehr gespawnt. Das solltest du ja auch nicht, bist ja auch ein Schneemann. Ich fände das gut, wenn Frost den Schneemann nicht noch einmal verfolgt und die Hagen. Die Märchen so langsam. Hallo. Aber war stark, Juli, war stark. Fast. Ich hab's nicht gerallt. Also wenn wir mehr als drei Schüsse in Folge hören, ohne dass ein Kill passiert, war's Blauli. Ja. Ha. Frech. Wa-wa. Ich weiß, wer gerade geshoppt hat. Ja, die Juli. Nee. Wer ist das? Die kenn ich nicht. Die Schwester von Augusti. Die Augusti, die kenn ich. Hier ist ne Moni. Ja, Mogus. Hey, was machst du da? Oh nein. Boah, das war knapp. Au. Ah, sie sind überall. Der ist an den Papierflieger geworfen. Ich hab den halt übelst abbekommen. Das ist halt Blut. Ja, der hat den genau neben mir geworfen und er ist instant neben mir explodiert. Hi. Aha, ist Maggie. Ja, bitte. Ich rücke dich nicht. Nein! Stop, step. Ist das wieder eingefroren, alle, oder was? Ach, Mann. Ja. Was ist los? So, ein drängiger Hund. Ist die Runde vorbei? Ich hab grad noch gesagt, ich hab Nebula, aber ich war gemutet. Items. Warum bist du Hörn tot? Ich hab... Nein, ne? Holy shit, wird gefix. Hier liegt ein Headcrap. Mich hat einer den Kopf verloren. Warst du das, Maru? Ach, Julie, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Julie hat mit einer Leiche gespielt und ist gestorben. Maru, hast du einem da den Kopf mit dem Ding abgeschraubt? Ich hab das gehabt. Maru? Ah, ist das gut. Oh! Terz, bitte. Das ist schwer, Leute. Jetzt nimm doch den scheiß Bummer einfach. Nein, boah. Ach, hat er nicht gereicht. Ist doch doof. Könnte jeder können sein, Baloui. Zeige dich! Ich komm gleich nochmal um die Ecke. Zeige dich! Ich guck jetzt. Jetzt guck ich. Ich bin schon am gucken gefühlt. Ja, ich hab schon geguckt. Oh, hallo. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss da auch mal irgendwas treffen. Ah, schade. Oh, das kannst du gar nicht mehr erzählen. Wow, ey. Was hat er denn gemacht? Ich hab das ganze Scheiße. Er war die ganze Hinterdeon. Bruder, die gesamte Runde war so ein Meme. Ey, Juli kommt erst dein Blätter wieder und bringt nen Inno um. Ich so, okay. Ey, das Beste ist... Sorry, da war noch ein rotes Kreuz. Und Juli hat vorher den Dete getötet. Ja, und dann hat sie sich doch umgebracht. Hast du dich mit dem Boom-Buddy, den ich hingelegt hab, umgebracht? Ja, Juli, ich hasse mein Leben. Dann macht Dalu, der erste zum Zombie. Er sagt, der erste bitte, nein, der erste straight up in die Eifalle rein. Oder war auch nur 10 von 10. Nee, die Schlagzeug mit 10 kmh, weißt du, also nicht irgendwie schnell, sondern so ganz langsam auf diese Falle zugerannt. Aber auch dieses traurige... Dieses traurige Bitte, nein, der erste... Erste Bitte, nein. Und dieses Peaken von Baloui, während Dalu hinter ihm einfach alles wiederbelebt. Ja, was war das denn? Und die gesamte Runde war so ein Meme, ne? Ohne Mensch. Oh. Oh, danke. Macht euch ruhig lustig über den armen, alten Baloui. Ey, Blauli, das macht mein ganzes Leben schon. Boah, das war, das war eine... Und, ey, Maru, wie unverschippt war das bitte von dir? Maggi, das find ich nicht nett. Oh, ich hab ne Granate in Paar Schuh gesorfen. Er hat denn hier grad das Shuriken geworfen. Maggi, kriegt jetzt Shuriken. Nee, hab ich nicht gesehen. Nee, ich bin ganz woanders gewesen. Geh weg da. Nee. Wir wissen, ganz woanders. Das ist hier noch ein bisschen drin. Oh, das war... Ist Chaos an, ist Chaos an. Chaos gemein. Oh, jetzt ist schon wieder vorbei. Wer, 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 wer macht denn immer Chaos an, wer, wer, wer... Kann ich nur rüberspringen? Hast du was gefunden? Ja. Wer macht denn immer Chaos an? Ich brauch mich, ist gut, ich bin auf der Sorte. Ich hab einfach durch die Wand die Hand aktiviert. Ja. Ich glaub, der Hallo weiß zu viel. Was? Ich bin nicht böse. Die Wand wurde... Hallo. Der Boden wurde geöffnet. Au. Ah, Mel. Ich weiß nicht, was das war. Letzte Chance, Kdecki. Du willst mal schießen. Was nicht? Aua. Ich hab gerade... War das nicht. Julie? Ich war das nicht. Wie soll ich 70 Schaden bekommen? Weiß nicht. Ich weiß nicht. 70 Schaden? Wahrscheinlich durch den Schuss. Ich hab Schlitzer gehört. Aber von wo? Mein Gott. Geht doch mal hier weg, Jens. Ja, ich hab's mir gut. Ja, ich hab's mir gut. Er wird geblockt. Also Julie ist sehr sass. Nein. Ich hab's nicht. Das ist aber nicht fein, mich auf mich zu schießen. Hey, Marie. Springen wir da rein, Julie. Bleib hier stehen. Ja, ich heil dich doch gerade. Bleib da drin stehen. Das heilt. Ernsthaft? Ist Julie gerade... Ist kalt hier. Ja, weil da jemand Frost angemacht hat. Ja, ich. Will ich alle verarschen? Das ist okay. Was denn? Warum ist er nicht gestorben? Ich springe das Loch rein, wie die Idioten. Ich weiß nicht, warum. Ja, sterben die dabei? Das sehe ich doch nicht. Doch, du siehst, ob da unten eine Leiche ist oder nicht? Ja, aber dann muss ich so nah an den Rand, dass mich jemand von hinten reinschubst. Da geh ich nicht hin. Ja, aber wer ist denn in das Loch reingesprungen? Julie. Okay. Und den anderen Namen hab ich schon wieder vergessen. Luis, spring mal hinterher. Wenn Julie also noch irgendwo ist, ist Julie böse, weil das ein Traitor-Portal ist. Das tötet dich, aber Traitor sind da drin lebendig. Ja. Okay. Ich hab auch keine Credits dafür bekommen. Also Julie muss... Au. Ich mach mir die ganzen Türen zu. Guck, guck. Balu. Du hast du mir nicht erst alle eigentlich noch? Ich trau Balu ihr nicht. Ich trau mir auch nicht. Ich komm mir nicht raus. Da. Ich komm mir nicht zu nah. Ich seh gar nichts. Oder ich höre den Nebel. Na an. Hi, Balu. Hi, Karte. Heilst du dich etwa? Das ist nicht okay. Warte, 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 ich muss nachladen, so, ja? Oh. Danke. Na, die brauchst du mir überall Smoke. Ja, die haben Heilung gemacht, ja. Ich weiß aber nicht, warum. Ich hab ein bisschen Angst vor euch. Wieso? Au. Der ist wegen. Warum? Ah, ich war nie cool. Dann komm ich einfach rein, mich zu backstammen. Hallo, warum bist du nicht gestorben beim ersten Mal? Weil du nicht getroffen hast. Jetzt hast du keinen Weg. Du, bist du, bist du, äh, einfach so rutsgesprungen, oder? Ja, du hast halt so neben mich geschossen, also du... Ach so, geht das nicht? Aber du hast ja getroffen da rein. Ja, ja, das macht schaden, aber ist nicht tödlich. Also spring ich. Und, äh, wer ist da reingesprungen? Terz, du bist noch reingefallen, oder? Oder wer war das? So, reingefallen hört sich nach Terz an. Terz ist aber nicht reingefallen, der wurde reingeschossen. Ach so, das, also, das hat so viel Druck, dass ich ihn damit reingeschossen habe. Ja, ja, die Negev, die schiebt. Ja, okay. Ja, dann hab ich ja alles richtig gemacht. Ja, das hab ich Absicht, natürlich war das bewusst von mir gemacht. Weil ich dachte, wirklich, es war Absicht, fand das eigentlich ganz lustig. Ja, das sieht mich gut aus. Ja, ja, natürlich, natürlich, hallo? Clipreif. Also die eine Klasche bringt einem ja gar nix, außer man... Du warst auch böse, ne? Einfach böse, ja. Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Juli shoppt, Juli shoppt, Juli shoppt. Hallo, Juli. Aufs Glück, älse! Juli, guten Appetit. Juli ist... Aua! Guten Appetit, Juli. Der hat nen Breachschloch. Hinter dir, Terste. Der Traitor ist nicht, der hat so relativ viel AP. Der ist in einem der Gänge hier, der könnte aus allen den Räumen hier raus... Ja, der kann nur den Traitorraum gehen, ist also eigentlich irrelevant. Ich mach mal, ich mach mal hier ganz was. Oh, oh. Hier, das ist doch der Traitorraum. Au. Warum? Nein, das ist bei Louis. Au! Wer ist denn da rausgerannt? Hier ist keiner entgegenkommt. Okay, alles gut. Das ist Mel, 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 Mel. Schießt. Was? Blaulis hier. Blaulis vor mir. Blaulis vor mir. Ich bin nicht von dir, du bist dumm. Beide noch. Äh, also die Zombies waren nichts. Also war's, little man. Interesting. Mel hat gerade eben Blaulis erschossen. Ja, bin ich gut. Ich bin Stucker. Bitte nicht, Amogus. Du warst ja auch böse, also alles gut. Okay, jetzt weiß ich auch, wo du warst. Wo du warst, wo du warst. Ich hab die Mogen gefunden. Oh, wo ist denn so gut? Was ist denn hier passiert? Was ist denn da? Oh, no, no, no. Hallo? Oh, no? Hallo? Mel, jemand schießt auf dich. Da geht's ja gar nicht rein, Mel. Das ist ja super gemein. Hui, ich muss hier weg. Tschüss. Kannst du was zum Heilen kaufen, zufällig? Ja, gut, dass du mich dran erinnerst. Nice. Kannst du mich auch heilen? Ach, nee, warte mal. Ich bin aber einfach voll live. Hier, du bist tot. Ja, wäre gut. Was war das für ein Raum? Der Amogus hat mich festgehalten. Ich warst du Sack. Hast du das denn nicht mitgelegt? Ich hab Katzen zum Jakar auf der Trimpe. Nein, das war so perfekt bei der Verfolgungsjagd mit dir, dass das am Ende des Tages super aussah. Ich hätte kein Zombie wieder belähtet. Wie funktioniert denn das in The World? Dass ich alle zum Stillstand bringen kann. Das sag ich nicht. Ach so, okay. Ach, come on, ey. Ihr wart nicht mehr zu mir. Was ist es denn, er oder Rechtsklick? Muss es ja sein. Na, Rechtsklick ging es nicht. Dann ist es er. Der hat immer noch eine Special-Fichter auf manchen Items. Kommt ja auch von Er gehört zu mir. Sorry. Aber in dem Lied geht's doch gar nicht um Luft, oder? Ja, stimmt. Ist manchmal schon schwierig, wenn da Luft wäre. Ja, super. Ich sehe gar nichts. War aber ein niceer Move von dem Mario. Da war schon ein Sidekick-Schuss. Warte, ich mach doch auch noch einen. Keinen Schutz mehr. Danke. Bitte. Wollt ihr noch einen? Hier, noch einer. Will noch jemand einen? Hier, Dena. Bitte schön, noch einer. Hallo, wie geht's dir? Bist du online? Schuss? Hier, noch einer. Wunderbar. Sidekick-Schuss. Läuft. Terste ist bei mir. Terste versucht, auf mich zu zielen mit dem Sidekick-Schuss. Ich trau mich sehr aber nicht. Also alles okay, Terste. Alles okay, Terste. Terste, beruhig dich. Beruhig dich, Terste. Beruhig dich, Terste. Balui hat mich mit irgendwas abgewogen. Warum sollte ich das dann machen? Balui, hier sind... Also du bist ja da stehen geblieben. Hier ist eine B-Nate geflogen gekommen. Bitte Balui töten. Okay. Geht nicht, ist mein Match. Dann auch... Oh, nee. Gab's Step. Dann zeitlich bitte auch Items töten. Dankeschön. Das geht leider nicht. Ich bin in seinem Team. Ich meine auch nicht, dass er dich töten soll. Das Item ist broken. Das sollten wir verbiegen. Ja. Das tut mir lacht an alle, die da gerade ge-exekutiert wurden. Why are you dead? Oh Gott. 3, 2, 1. Erzählt nicht als Nahkampf. Hallo? 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 Ist jemand tot? Hallo? Tschüss! Kein Problem. Danke. Das ist eine Frechheit. Du gehörst gar nicht in das Team. Das ist lediglich das Problem, dass ich hier nirgendwo wieder rauskomme. Wir müssten also einmal bitte einen Traitor ins Bälle-Paradies. Okay. Ich kann ja mal gucken, ob du noch ein paar Traitor-Waffen hast. Ja, hab ich. Ne, hab ich nicht. Warte mal, hab ich noch Credits? Ich hab noch Credits. Äh, Merytrium zum Beispiel. Auch hi. Ne, du merkst jetzt nicht das Team. Nein, nein. Ich kann, geht ja auch nicht. Ich hab ja keine Sidekick-Schuss mehr. Mein Sidekick lebt ja noch. Weißt du? Maru, du kannst... Ich hab wirklich nicht vor, auf dich zu schießen. Ich komm hier legitim nicht raus. Ich kann das Duell nicht gewinnen. Du kannst mich einfach ermorden. Okay. Hallo? Ja, das ist jetzt antiklimatisch, wenn ich ehrlich bin. Lebe noch. Geht doch. Das war ja so eine Frechheit. Also, das ist so, world is OP. Ich mach Zeitlupe. Da stehen drei, vier Leute. Zack, zack. Ich hab mich zwei Meter bewegt, ne? Das ist so gemein. Ich spawne rein, krieg den Diegel-Schutz von Mel. Und dann kommt Dalo um die Ecke. Das hat so Spaß gemacht. Smaggy einfach mit der Diegel so in den Kopf. Und dann? Dann kommt dann Dalo um die Ecke. Werden Entities dabei auch gestoppt? Alles, ja. Die Be-Nates bleiben stehen und so. Ist der Tumas auch stehen geblieben? Den hab ich nicht mehr gesehen, aber die Be-Nates standen. Aber wer halten die dann ihre Velocity? Also, wenn du jetzt einen Bumerang werfen würdest, würde der danach weiterfliegen oder falle? Das ist ja schon witzig. Und dann Platz tauschen mit Eim. Ja, ja, ja. Schon vorbei. Boah, schau dir mal vor, du tauscht danach den Platz mit Eim. Und dann geht's weiter. Und dann kriegt er den Bumerang ab. Ey, warum werde ich Ihnen's denn angeschossen? Das ist ne Frechheit. Armer Anzeiges raus. Leute, ich danke euch. Ich wünsch euch noch einen wunderschönen Abend. Danke euch für die Runden. War sehr funny. Das war gar keine wichtige Runde. Nein. Tschüss. Tschüss. Leute, macht es gut. Bye bye. Tschüss.